So, hier noch exklusiv Christoph Seibl an der Akustikgitter. Ja, ich muss ja auch immer mal kurz gucken, ich seh's von da hinten. Was kommt als nächstes Lied, die Pause ist rum, mit was geht's weiter? Du darfst jetzt ins Aussuchen möchtest. Ich stell jetzt zur Wahl. Ich guck mal, da unten stehen sie. Ich seh das jetzt immer, nur mal von den Beatles, I feel fine. Ja. Du kannst ja auch suchen, Hard as Night von den Beatles. Ja, dann Hard as Night. Das ist Hard as Night. Wie es alles ist. Genau. Ganz kurz noch deine Grüße fürs Fernsehen, bevor du Hard as Night von den Beatles spielst. Ich grüße alle, die heute im Oro waren und Volker Draxl, weil der jetzt Theater macht, dass wir weitermachen. Okay, dürfen wir gleich weitermachen. Viel Spaß, lass uns drogen. Dankeschön.